hier ist an für euch mit ein bisschen was extra für wie du ein fokus und absicht verändern kann in eine routine und in der schöne levity routine ist ja diesen bilder von der marionette oder irgendwas zieht mich hoch und da möchte ich euch animieren den fokus wirklich so verändern und den einmal tanzen mit fokus auf rumpf zum beispiel auf brustkorb dann kann jeder bewegungsablauf anders werden vom gefühl hier und der absicht mit der stunde kannst du in jede richtung von alle schöne konzepte machen was wir haben in mir zum beispiel herzlich willkommen heute ist fokus auf brustkorb mein absicht ist mehr mobilität in den oberen rücken zu haben und dazu noch diese reichweite von hand bis fuß das ist doch spannend und dann beginnt die choreografie und ich kann in die einstudierte abläufe immer wieder perlen bringen die den rumpf ansprechen und die mobilität in der wirbelsäule das funktioniert in jedem song ich habe es schon umgesetzt in meine art und weise und wenn es denn so weit ist dass du in diese statische downward block phase kommen in der mitte von der routine da hast du einen wunderbaren großen chimie zur verfügung die eigentlich all das in sich hat wenn du den fokus verändert also brustkorb ist ein tollen fokus hand und fuß statt dieses ich werde gezogen und ein spannenden fokus wollte ich euch noch geben schultergelenke und die extra von power finger cross over zeigefinger und mittelfinger wir wissen ja dass da die wirkung für die innen rotation gestärkt werden kann und die außen rotation und diese kleine detail mitzunehmen zum beispiel in der tischwischer hat eine unglaubliche wirkung egal in welche phase ich es einbringen den tischwischer mit power finger cross over über die ring fingern und dann nicht wie sonst so sondern hand umdrehen und von unten diesen tisch wischen und dann die schöne ferse für um mich herum und dann nach unten zu gehen und dieses haben statt wie so nehmen was mit und verändere den fokus so dass du eine neue wirkung haben und viel spaß mit levity bis zum nächsten mal ciao